Hallo meine Lieben, ja ich wollte mit euch heute ein Goodie-Pack dekorieren und ja, erstmal tue ich das hier festmachen. Zurückkleben und etc. hab ich schon. So sieht das hier aus und ich mach immer hier an Seiten 2 Streifen von Washi Tape. Dann nenne ich mein Band, wenn du mit euch klebt mannst, sende man hier oben die Streifen hin und hier unten. Und setzen wir die Knöpfe hin. Setzen wir die Knöpfe hin. Achso, ich hab noch gar nicht erzählt. Ich werde es in diesem Roboter-Stil gestalten und es werden heute zwei Anleitungen kommen. Wenn mein Akku es mitmacht, sind sie immer abhängig von meinem Akku. Das sieht dann jetzt so aus und hier oben kommt ein schwarzes Band. Und ganz oben kommt das Breite. Dann wird ein Schwerze hin. Okay. So weißt du dann bitte sehr, schön. So sind wir die Knöpfe hin. Dann kannst du die Knöpfe hin. Ich rede doch immer noch. Das war's für heute. Klappe ich an und fahre mit dem Falzbein in die Platten hier. Fahre mit dem Falzbein da drunter. Daher mache ich an und fahre mit dem Falzbein in die Platten hier. So. Und jetzt die Platte. Den großen Platte. Und die Platte. Und fertig ist es schon. Das ist das kurze Tutorial gewesen. Wie ich mein Goodie Bag dekosiere. Ich hoffe die Kurzdekoration hat euch gefallen. Und ja. Und ja. Ich sag dann, dass du den nächsten Mal mein Lieben. Ciao euer Basti Jonge.